Let's play! Hi Leute, es freut mich wenn die Würfel fallen und ihr beim nächsten Spielzug von Cube Gameplay Transportweaver 2 wieder dabei seid. So, wir waren letztes mal stehen geblieben, dass wir unsere Baumaterial Linie 2 und zwar diese hier eingerichtet haben, Züge gekauft haben, aber es fehlt uns noch die Verbindung von hier in die Stadt rein, damit wir unser Baumaterial hier auch loswerden und bedarf erzeugen. So, lasst uns mal schauen, wo die Güter hier gebraucht werden. Da, dann setzen wir da eine schöne Haltestelle hin und dann haben wir auch unsere letzte Linie verbraten. So, wir brauchen eine neue Linie. Nein, halt, wir brauchen erstmal ein Terminal, dass wir anfahren können und auch nicht mit Gleise, sondern in Richtung LKW wäre passend. Großes Ding ansetzen, aber wir setzen erst mal was. Obwohl, macht er sein, hier etwas Größeres zu nehmen, vielleicht, weil wir haben ja auch einen relativ großen Bahnhof, da lassen wir auch einen großen Umschlagplatz hier nehmen. Drehen wir mal ein bisschen, dass wir relativ gut rankommen. So, Kollision ist nicht gut. Ja, kommt vier Sätze, das ist hier ran. Zack, ein Stück Straße rennt daher. Genau so machen wir das. So, eine neue Linie. Und hier und nach da. Das ist Baumaterial 2. 2 Lema. Perfekt. Farbe rot lassen wir. So, haben wir ein Depot hier. Oh, lass mich schauen. Kein Depot. Aber wir haben hier ein Depot. Dann rollen die LKWs da hin. Wir brauchen Cargo, wir brauchen Baumaterialien. Ja, lass uns das hier mit den bewerkstelligen fünf Stück an der Zahl. Kaufen, auf unsere Linie setzen. Na nun, na nun. Lkw Baumaterial 2. Ich bin verwirrt. Wo sind unsere Linien? Haben wir nicht gerade eine Linie eingerichtet? Ich dachte zumindest, sie haben eine eingerichtet. Dann haben wir da noch eine neue Linie. Von hier nach hier. Ja, ich hab den. Alles klar. Den Eumel umbenannt. Ja, sollte man auch noch richtig schreiben. Dann passt es ein H noch dazwischen bitte. So, dann heißt du natürlich nicht Baumaterial 2, sondern du bist einfach Güterlema. So, jetzt haben wir die Linie. Jetzt können wir unsere LKWs auf die Reise schicken. Baumaterial 2, LKWs auf die Reise schicken. Und Plop macht das sonst. Wir finden sich auf dem Weg. So, jetzt sollten wir einen Bedarf haben. Und unsere Züge sollten dann auch beladen werden. Aber, in der Zeit war das, was hier funktioniert, werden wir uns mal reinsetzen und eine Runde mitfahren. Genau, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Wir werden mal die Strecke überfahren. Teilweise kennen wir sie ja schon. Und teilweise halt noch nicht. So, mal sehen wir uns alles begegnet, wen wir hier treffen. So, da geht's lang. Da ist immer noch unser Abzweig. Den werden wir auch irgendwann nochmal anschließen oder benutzen. Oh, der ist der Kollege von derselben Linie. Da kommt schon der nächste. Ein Kollege der anderen Linie. Ja, das passt. So langsam haben wir hier den ein oder anderen Zug. Ich glaube, jetzt wird's eher wieder einsam. Wir sind die einzigen momentan, die diese Strecke benutzen und befahren. Aber auch das wird sich im Laufe des Spiels ändern. Weil, wie gesagt, wir benutzen vorhandene Gleise, um von A nach B zu kommen. Wir müssen nachher mal schauen, falls wir unsere Schnellzuglinien, ICE-Linien machen. Dass wir da vielleicht den Bahnhofsbereich mit nutzen und dann halt eigene Gleise oder eigene Strecken schaffen für die Züge. Aber das machen wir dann, wenn es so weit ist. So, unsere Höchstgeschwindigkeit von 160 kmh haben wir erreicht. Jetzt fahren wir mal über die anderen Gleise rüber. Ich glaube, den Streckenabschnitt kennen wir noch nicht. Den haben wir neu gebaut. Zack, übers Wasser. Jetzt geht's einen kleinen Moment viergleisig und dann fädeln wir uns da ein in die vorhandene Strecke. Da kommt der nächste Kollege. Gut, mit fünf Zügen wird hier ordentlich was los sein. Genau, Güterbahnhof ist, glaube ich, groß genug in Lehmann. Mal sehen, vielleicht machen wir das so ein bisschen als Umschlagstelle für einige Güter. Mal schauen, was das Spiel so bringt. Ich glaube, wir fahren am Bahnhof vorbei. Ja, ich glaube nicht, dass wir durchfahren. Ich glaube, wir hatten eine Ausfallstrecke gebaut, aber das werden wir gleich sehen. Jetzt erst noch mal über die schöne Brücke rüber. Und übers Wasser. Ja, mit den Brücken müssen wir halt auch schauen, dass wir nicht so viele Brücken haben. Dass wir halt vorhanden nutzen. Na, da unten ist schon ein Auto auf der Straße. Oh, noch eins und noch eins. Okay, also der Verkehr läuft auch zwischen den Städten auf der Straße, aber ihr sollt lieber auch eine Personenzüge benutzen. Vorausgesetzt wir haben Linien. Genau, hier geht's nach rechts weg. Nicht durch den Bahnhof. Da haben wir unser eigenes Gleis und dann halt den einen oder die Einfahrt in den Güterbahnhof. Gut, geladen haben wir noch nichts, weil wir bisher noch keinen Bedarf erzeugt hatten. Aber das wird sich, glaube ich, auch ändern. Genau, leicht bergauf. Mit schlappen 100. Dann rollen wir an den Bahnhof rein. Ein wenig Geschwung, das Ganze. Ein bisschen Tempo zu reduzieren, dass wir da nicht so rein rasen. Genau, herzlich willkommen im Güterbahnhof. Sehr schön, hier schweben die Container, wie ich gerade so sehe. Was das auch immer zu bedeuten hat. Könnte sein, dass eventuell die Mods von dem Bahnhof nicht funktionieren. Also sprich die Wagen. Deswegen die Wagen nicht dargestellt werden. Wie gesagt, wir sind immer noch im Beta-Stadium des Updates. Mods sind teilweise aktualisiert, teilweise ist halt noch die alte Version. Okay, sind wir angekommen. Sehr schön, lasst uns mal schauen, ob wir schon Baumaterial bekommen in unserer Firma. Ob wir hier schon mit auf der Lesliste stehen. Abnehmer wäre 30 Stück. Okay, also es läuft an, wir bekommen was. Super. Ja, da ist er. Genau, der hat eins von 30. Gut, der Rest liegt wahrscheinlich da oder wo, oder auf die anderen Züge verteilt. Alles klar. So, ich würde sagen, wir werden mal ohne weiter ausrum zu daddeln. Mal unseren Würfel starten. Ich lasse mal Berlin im Hintergrund so ein bisschen. Schauen wir uns mal das Treiben an, was hier so geschieht. Hört ihr Züge hier rein und raus fahren. Und nebenbei starten wir mal ganz entspannt unseren Würfel Nummer 4. Ich würde erstmal Reset drücken. Und los geht's. Wir fangen jetzt mal mit den Linien an. Das hatten wir noch nicht. Und, und, oh, wieder fünf Linien. Voll aus. Und dann schauen wir mal, wie viel Städte wir bauen müssen. Zwei Städte. Fünf Linien insgesamt. Und jetzt die Fahrzeuge dazu. Wir, oh, mit zwei Fahrzeugen. Also mal entspannte Linien. Nicht ganz voll mit den Fahrzeugen. Ist auch ganz gut. Dann verstopfen wir nämlich nicht unsere Gleiser. So, was machen wir als erstes? Wir haben gesagt, werden wir uns die Städte München und Solorov anschauen. Weil hier fehlt ein bisschen Industrie. Passagiere sind auch genug da. So, wir brauchen hier mal ein bisschen Baumaterial. Und. Ach, Baumaterial haben wir da. Hm. Was ist eigentlich hier los mit Baumaterial in Berlin? Warum stapelt sich das da? Okay. Oh, die LKWs sind doch eigentlich gut beladen, ja. Okay. Gut, Berlin braucht halt viel. Die bauen halt viel. Brauchen sie viel. So, Baumaterial und das andere wäre, lass ich mal nachschauen, Waren für Menschen. Versorgung. Gut, wo bekommen wir denn die hier? Das wäre so jetzt meine Frage. Von wo müssen wir das beziehen? Haben wir sowas überhaupt schon? Ah, hier? Nein. Da gibt's Stahl, hier gibt's Brot, da gibt's Waren. Waren bekommen wir von hier, Warenfabrik. Dafür brauchen wir Stahl und, ah, Chemiefabrik, Plastik, glaube ich, ne? Wir benötigen Chemiefabrik und Stahlwerk Berlin und Chemiefabrik Limmer. Das hätten wir da im Angebot. So, um Stahl zu produzieren, brauchen wir Kohle und Eisenerz. Kohle bekommen wir von hier. Wo kriegen wir Eisenerz her? Von hier hinten? Ohlalala. Das ist eine ganz schöne Strecke, muss ich sagen. Okay, dann lass uns beginnen. Äh, zwei Linien haben wir gesagt. Dann machen wir... Nein, halt, fünf Linien mit jeweils zwei Fahrzeugen. Okay, dann machen wir mal etwas längere Züge. Wir verraten hier eine Linie, zweite Linie, dritte Linie für den Stahl. Dann, drei Linien für die Stahlproduktion und für den Abtransport des Stahls nach hier hin. So, Linie 4 wären die Waren und Linie 5 wäre Chemie. Chemie bekommen wir von hier, wenn wir Erdöl haben. Holala, holala. Erdöl, Chemie. Da hin. Ich glaube, das wird eine Linie werden. Weil wir brauchen ja dann eine Linie hin und her. Und von hier, der nimmt das mit da hin. Ja. Das wird sportlich. Ups, wir brauchen ja erstmal eine Rohöl. Lieferanten haben noch gar keine. Gut, dann machen wir das ganz entspannt. Dann werden wir aus Mangel an Linienkapazitäten unsere Rohöl-Linie gleich in dem ansetzen. Das man sozusagen gleich produziert. Genau. Na, machen wir im Normalfall nicht so, aber diesmal machen wir das halt so. Mal schauen, ob wir das hier ran bekommen. Natürlich ohne Kollision. Gut, funktioniert nicht. Wahrscheinlich ein kleines Stück Straße dazwischen basteln. Das sollte uns gelingen, die Sachen zu verbinden. Natürlich außer städtisch. Von hier nach da. Passt. Zack. Zack. Gut, Produktion ist angelaufen. Lass uns mal ein paar hin und her schnick schnack. So, lass uns mal einen Bahnhof einstellen. Güter, ein Koppelbahnhof. Wir wissen nicht, was kommt. Wir machen mal vier Gleise. 240 Meter Standard. Ein wenig gedreht. Logisch, warum sollten wir ihn auch gerade drehen. So, ich würde ihn ganz gerne hier hin. So, ein bisschen parallel ran. Gleich noch mit der Straße verbunden, das Ganze. Nee, so wird mir das nicht. So, schaut's gut aus. Perfekt, wir haben Verbindung dahin. Wir haben Verbindung dahin. So, wenn man es zwischen. So, Gleisverfeld. Keine große Sache. Parallel-Tracks, ja, äh, nein. Ups, wir haben hier gleich noch. Wo führen die denn hin? Bringt uns das was? Nee, bringt uns nix, weil wir müssen hier um die Ecke. So, einmal dort dran. Sehr schön. So, ich habe das Ganze hier eingefädert. Da rausgefädelt. Dann kann sich ja jeder sein Gleis aussuchen. Na, 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 na. Was ist hier los? Möchtest du nicht? Genau, so wird ein Schult aus. Ein Hosenträger. So, jetzt können wir hier in unserem Parallel-Tracks arbeiten. Irgendwann gesagt, wir müssen hier ran. Und dann. Da kommt mir das richtige Gleis. Genau. So, dann mal. Und ich hier in die Richtung. Einen Tunnel haben wir wo? Nein, eine Brücke haben wir da. Quatsch brauchen wir nicht. Wir machen das so. Gehen hier einen kleinen Schritt voran. Ohne Brücke, ohne Tunnel. Signalmord habe ich noch nicht gebaut. Wir brauchen ein Gebäude. Ein Bahnhof wäre schön. Durchgangsbahnhof. Eigentlich hatte ich doch schon mehrere Bahnhöfe geladen. Auch andere. Oh, gut. Haben wir anscheinend noch keine. Figurleise passt. 240 Meter. Lass uns den mal hier relativ gut in Fahrtrichtung heran setzen. Und jetzt kriegen wir die Straße nicht hin. Apropos Straße. Ja, da wäre es schön, wenn man mit Covid ganz so gern. Wir müssen uns das Ganze hier mal so ein bisschen verbinden in die Stadt hinein. Wo hätten wir hier eine Straße? Wenn wir mal mit einer Brücke rüber. Ich glaube ja schon. So, hier einmal rüber. Da ran. M&N. Tunnel würde auch gehen. Brücke. Steinbrücke. Nee, 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 nee. Das ist immer was Schönes, Modernes nehmen. So, damit hätten wir unsere Industrie angeschlossen. Weiter geht's mit den Gleisen. Zack. Dann wollen wir uns mal hier rüber bemühen. Hm, ich muss das. Das muss auch noch mal gemottet werden. Was man jetzt auch zweigläsig baut, anbauen kann, wäre dufter. So, lass uns mal hier einparken. Ja, geht zwar warten. Wir haben Paralleltricks nicht eingeschalten, also wird er sie auch nicht bauen. So, wir werden hier erstmal ein Hosenzeiger hinsetzen. Ob wir den brauchen, weiß ich noch nicht. Lass uns gucken. So, dann geht's hier fleißig weiter. Mit unserem Öl. Wo müssen wir hin? Nach dort. Ah, nee, 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 nee. Ah, okay. Wir fahren hier zurück ein. Lass uns hier rumdüsen. Das geht natürlich ohne Brücken ohne Tunnel. So, haben wir noch die richtige Richtung. Jupp, sieht gut aus. Okay, das geht noch da gar nicht hin. Das bräuchte ich ja keine Kacke. Wir müssen doch mit unserem Chemie, was wir haben, müssen wir doch eigentlich zurück nach Vienna. Da hin. Wir hatten hier Gleise vor Berlin, die wir nutzen können. Wir können hier lang fahren und wir können uns hier einloggen. Wir können hier rein rein machen, wir schauen. ich wusste es bekommt er gleich wieder zurück ja das kennt ihr wahrscheinlich das ist also nicht nur bei mir auch bei anderen gründe straßen ja aber ruckelnde oder berg und tagen greife es geht möchte ich diese vermeiden so wir haben ein durchfahrt gleis wo wir durch auch ran können und auch rein können da wird die genau genau aber warum lasst uns doch vielleicht mal gerade mal wir haben hier durch den bahnhof obwohl noch stören weil eigentlich kein genau wir haben gesagt wir machen gemeinsames gleis wenn möglich werden was aber machen das sind sie mal leicht abbremsen natürlich falsche seite klar dann gehen wir uns hier ein und steht das signal hier schon richtig kollision mit dem signal war mal wieder warum nur und der zweite versuch aus den gleisen hier rein mit den gleisen doppelkreuz brauchen wir nicht ups so hätten wir das gerne ein bagger und wir wollen unser tempel nicht wirklich verlieren zumindest nicht so viel sagen was mal so mal die 100 hier mitnehmen sowieso ein wenig abbremsen dann genau so dachte ich mir das so dann geht es hier durch durch den bahnhof in richtung berlin und vor berlin werden wir mal wieder abzweigen oder eintauchen wie man es auch mal nennen mag genau ich glaube was in der nächsten runde so müssen wir in der richtung klang ein davon das schaut gut aus wir bauen das immer das ist hier vorne ran und dann und und dann dann das wird eine schöne strecke das wird eine schöne strecke so linien oder städte haben wir noch nicht verboten perfekt so hier sind wir hier brauchen wir einen relativ großen breiten bahnhof zur abwechslung werden wir mal auch wenn ihr könnt ihr den mal wieder nehmen den meine ich natürlich so wie lasst uns mal acht kleine machen 360 meter 280 und oder perfekt gut der hat zwar nichts weiter aber egal brauche eigentlich auch erst einmal nichts hauptsache er ist hier angeschlossen wo es kommt da schönes neue industrie baum die brauchen wir definitiv auch noch so jetzt können wir hier rein fahren und unseren zog unseren chemie zog eine hosenträger passt so die signale machen wir in der nächsten runde der nächsten folge weil nur zeit ist schon wieder um ich wollte noch mal einen blick auf die sachen die ich aufgemacht habe werden genau ich hatte hier mal ein paar also zügeln gestellt und looks kleine stellwerk gebastelt abstellplatz hier noch mal ein stellwerk oben drüber genau die straße dahin hier den bahn noch ein bisschen erweitert ein paar gebäude hingestellt das lagerplatz dann hatte ich hier noch einen weiteren stein abbauen gesetzt mit einer linie die immer hin und her fahren genau unseren bagger kennen wir schon also unser braunkohle gebiet und tagebau stein braunkohle oder unsere mine wie auch immer das entwickelt sich hier das wird natürlich noch größer werden weil der bedarf ich gehe davon aus dass der bedarf auch noch genau steigert oder sich steigert so den steinbruch mal gucken vielleicht haben wir noch einen zweiten hinsetzen oder vielleicht auch eher eine zweite bau materialfabrik damit wir unsere städte hier versorgen können damit die ordentlich bauen können so damit sagen wir mal tschüss gucken ob wir mal zukommen da stehen welche drinnen und da kommt gerade einer lasst uns mit ihnen verabschieden so ich hoffe es hat euch auch gefallen und ihr seid das nächste mal wieder dabei wenn die würfel fallen ein daumen nach oben und ein abo wäre perfekt bis dahin tschüssi euer excel k play machts gut und 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 Vielen Dank.